Und willkommen zurück bei Alondra. Wie gesagt, ich werde während der Zwischensequenz meinen Mund halten und auch zu der Endingmusik. Deswegen nochmal an alle, vielen Dank! Und auf Wiedersehen mit dir, Melsas. Ah, dein Sieg soll nie vollkommen sein, Herr Löser. Den Frieden, den du und die anderen Sterblichen sucht, sollt ihr nie ganz finden. Solange es Dunkelheit in den Seelen gibt, solange wird es das Böse existieren. Das ist eine Tatsache. Und in jeder Seele gibt es eine Dunkelheit, sogar in deiner Alondra. Du hast meine Erwartungen übertroffen, Erlöser. Gut gemacht. Aber wir können uns noch nicht ausruhen. Nachdem Melsas tot ist, wird die heilige Stätte nicht mehr lange stehen. Du musst entkommen, bevor alles eingestürzt und im See versinkt. Ich bin ein Ihr undschneid. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020